Musik Welche Erwartungen hat man an die Entlastung jetzt für Halle durch diesen Teilabschnitt? Also Entlastung insbesondere ja durch den Lkw-Verkehr, der ja schon seit Jahren aus Halle herausgehalten wird, der aber jetzt ja an der Anschlussstelle Künsebeck abfahren musste und dann durch den Ravenna-Park, Tartenhausener Straße und hier über die 782, die Theenhausener Straße dann. Der wird natürlich jetzt zukünftig hier die A33 fahren und an dieser Stelle hier wieder auf die 782. Das wird eine deutliche Entlastung für den Lkw-Verkehr geben. Es wird aber auch eine Entlastung für die Innenstadt von Halle bedeuten, weil der ganze Pkw-Fernverkehr, der jetzt noch da durchfährt, der wird auch hier dann dementsprechend weiterfahren und von bis zu 17.000 Fahrzeugen, die heute noch durch Künsebeck-Halle fahren, sagen die Verkehrsgutachter, es wird sich wohl wahrscheinlich auf ungefähr 12.000 reduzieren, was dann noch der Innenverkehr, der Binnenverkehr in Halle sein wird. Frau Rodenbrock-Wesselmann, mit welchen Gefühlen, welchen Erwartungen stehen Sie hier heute auch bei der Eröffnung des ersten Teilabschnitts, muss man ja sagen, für Halle? Also das sind schon große Erwartungen. Es ist immerhin eine teilweise Entlastung, die wir jetzt hoffentlich spüren werden auf dem innerstädtischen Ring sozusagen. Aber ich muss trotzdem auch sagen, es gibt auch ein weinendes Auge, weil wir müssen noch lange aushalten bis zum wirklichen Lückenschluss. Es wird sich hier sehr knubbeln an der Westumgehung und der B68, wo das zusammentrifft. Ich glaube, das wird noch eine harte Zeit bis zur endgültigen Freigabe. Herr Adenauer, Sie sind ja auch ein Verfechter der A33, auch des schnellen Lückenschlusses. Sie stehen jetzt hier zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten bei einer Freigabe, diesmal eines Teilstücks. Welche Bedeutung hat das für Sie? Also ich stehe immer gern hier bei Freigaben. Und jeder Meter, der freigegeben wird, ist eine tolle Botschaft für die Region, für den Kreis Gütersloh, aber eben besonders für den nördlichen Teil des Kreises. Ich freue mich riesig und das Ganze hat eine außerordentliche Bedeutung, weil jetzt bin ich auch sicher, dass Ende dieses Jahres der Lückenschluss endgültig kommen wird. Ja, das auch. Aber Sie sehen ja auch so. Herr Wüst, Sie sind heute auch zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten auf der A33 im Kreis Gütersloh. Welche Bedeutung hat denn für Sie dieser Teilabschnitt, der jetzt hier heute in Halle eröffnet wird? Ja, wir haben uns entschieden, auch diesen Teilabschnitt freizugeben, weil er für Halle eine Bedeutung hat. Allein durch diese 5,4 Kilometer wird Halle entlastet, um bis zu 5000 Autos am Tag. Und das ist dann schon auch wert, dass man so ein Teilstück alleine freigibt. Treffen wir uns denn in diesem Jahr nochmal auf der A33, wenn dann auch an anderer Stelle? Sprich, wird der Lückenschluss geschafft? Also, ich werde da sein und ich hoffe, Sie auch. Ich möchte Ihnen bedanken, dass Sie den Weg hierher gemacht haben. Oh Mensch, danke schön. Alle, Stork ist unsere größte Arbeitgeberin hier. Ich nehme gerne mit, auch als Merci, als Dankeschön für die Kollegen. Vielen Dank.